... Ich habe mir doch eben erstmal schnell noch einen Stahl geholt, damit ich jetzt... Bescheuert! Was ist das? Action! Hallo! Was geht ab? Also, hallo und herzlichst zu kommen! Willkommen zu einer Folge Heute kommt von Free Free Mein Name ist Felix und hier ist Paula Wir machen heute die Backwards Challenge Weil die bei vielen Leuten angekommen ist Bei vielen Leuten gut angekommen ist Stopp, jetzt weiter Deswegen haben wir uns gedacht Machen wir die nochmal Ja, genau Aber diesmal mit anderen Wörtern Und ohne Micha Weil Micha nie Wörter aufgeschrieben hat Nein, weil Micha ja doof ist Und die letzte Challenge verloren habe Okay, okay, das war's jetzt Okay, dann fängt er an Ich fang an Ich, nee, ich hab gezogen Ohrfeige Na dann Ohrfeige 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 Ja, auf jeden Fall Punkt für Paula Punkt für Paula Punkt für Paula Punkt für Paula Ich muss mich konzentrieren. Ich verstehe. Fängst du gleich in so ein Ohrfeige hier. Das kann man erkennen. Okay, ich spiel mal ab. Facebook. Das war jetzt in der anderen... Das war fast Buch. Also ich finde es auch okay. Nein! Das klingt wie russisch. Also okay, wir machen jetzt folgendes. Leute, wir machen jetzt folgendes. Wir geben jetzt Felix den Punkt. Nein! Ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr den Punkt auch geben würdet. Und je nachdem wie ihr entscheidet, werden wir Felix im Nachhinein entweder den Punkt beibehalten oder wir werden ihn wieder entziehen. Und wenn das Ganze letztendlich den Ausgang der Challenge beeinflussen sollte, dann muss Felix eventuell eine Bestrafung nachholen. Das entscheiden wir dann. Also das entscheidet ihr. Ihr seid jetzt gefragt. Ihr kriegt alle meine Nummer, wenn ihr mich weiterlässt. Ja, jetzt schreiben alle. Nein, bitte nicht. Macht mal den Punkt weg. Okay, dann geht es jetzt weiter mit Paulas zweiten Wort. Zur Info, wir haben insgesamt acht Wörter. Also jeder hat vier Wörter. Boah, ist okay. So. Ich habe YouTube. 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 Michael, du bist blöd. YouTube. YouTube. Papa. So was bin ich auch. So was. Ich bin so ein Crank-Kaft-Poge. Ich bin so ein Crank-Kaft-Poge. Ich bin so ein Crank-Kaft-Poge. Baaah Komm mal her Das ist jetzt... Moment, also mach ich euch Das klingt genau so wie Facebook Ja weil es Englisch ist Genauso dumm klingt das und er hat den Punkt bekommen Moment Juuu Okay wir machen das gleiche wie bei Felix Nein lass mal ich kann den Punkt tun Ich werde das sowieso gewinnen Okay das ist eine Herausforderung jetzt Ich finde es gut Ja du bist hier endlich verwunderlich Ey komm Du bist dran Ihr könnt es doch auch Ihr seid doch die coolsten Dumm Nein Nein Das Wort ist dumm Ja das Wort ist richtig dumm Dumm Ach Ach Paula jetzt Ich wollte aufnehmen und du Los jetzt Mut Dumm Dumm Moment 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 Warte mal warte mal Okay Ja Wird schon sehr raten Dann ist jetzt Paula mit den nächsten Worte Und sie wird es haben Denn sie kriegt Deutsch Wie soll ich das denn machen Na Englisch Deutsch Deutsch Du Du Deutsch Wie spricht mein Ohr rückwärts aus Ego Nein Du 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 Ja Das ist das Das war total epic, jetzt Paul persönlich. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich bütsch, aber ich meine, hallo, meinst du, sprich jetzt ja so aus, ne? Okay, nächstes Wort für Felix. Danach müssten noch zwei drin sein, ne? Ja. Das auf. Guck, hier steht das auf. Das auf. Das auf. Hätte man deine Frist jetzt gesehen? Ach, die sieht man schon viel zu oft. Na ja, dumm. Feier. So, deshalb bitte rückwärts aufsprechen. Also jetzt. Was ist das? Das. Was für eine dreckige. Darf ich mal? Nein, jetzt kannst du so abstimmen wie du wirst, das war trotzdem nicht besser. Doch. Das war das Wort. Drow. Der ist auch ein Sau, der ist Sau. Drow. Gut, Felix. Ich glaube, das... Das zählt als Punkt, ich weiß. Nein. Ich habe... Pickel. Ja, hast du. Ich habe Pickel. Wie los ist das? Bitte ein... An dieser Stelle. Baduck. Pssst. Necki. Miguel. Nein, Pickel. Miguel. Miguel. Das war Miguel. Miguel. Das klingt wie Michael. Ja. Scheiße. Aber... Ich habe vorhin echt nochmal... Ich habe alles auf Club alles nochmal abgespielt. Also ob es jetzt so geht, aber... Das hat trotzdem nicht funktioniert. Okay, Felix, der letzte Zettel geht an dich. Wie wärst du schon zweifern? Er geht doch nicht, hast du gesagt. Achso, ich muss den noch machen. Ja, ich muss den noch machen. Und das ist... Berg. Berg. Habe ich gerade gedacht. Er war nur 30 Sekunden weg. Drow. Drow. Berg. Berg. Wie Russe. Drow. Berg. Berg. Das klingt nur so wie Berg. 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 Nee, das geht nicht. Doch. Berg. Moment, Moment. Berg. Nein. Berg. 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 Nein. Nein. Boah. Berg. praw boh. Tja. Tja. ordon. noch mal. ab Fall. Dramats. Dramats. Pa. Tja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017